Neuer Tag, neues Glück. Wimmelbeet sind wir zurück. Hallo. Hi. Ich mach gleich mal weiter, ja? Also hier haben wir... ...komische Geräusche? Ja, sehr komische Geräusche sogar. Paradies? Hier scheint jemand einen sehr sarkastischen Tag gehabt zu haben. So, eigentlich ist es ja schön hier. Ich finde es sieht schön hier aus. Ja, kann man nicht. Könnte Stunden unterwegs sein, bevor ich auf jemanden treffe. Also da will sie nicht landen. Dann gehen wir wieder zurück, oder? Ja, schau mal, ob du irgendwas reparieren kannst an der... Ah, geh mal nochmal hin. Geh mal nochmal hin. Schau mal, oben in der Mitte. Ah. Was? Ah, die Pflegemaus. Ah, da unten ist ein Eichhörnchen. Wo ist ein Eichhörnchen? Rechts, rechts, rechts. Gibt's? Gibt's bestimmt einen Erfolg, das wird mich nicht wundern. Aber ohne Nägel glaube ich nicht, dass man da was reparieren kann. Ne, wir haben ja nichts. Ich benötige etwas anderes. Hier gehört etwas anderes hin. Du wirst es noch kaputter machen. Okay. Okay. Okay, dann gehen wir mal zurück. Komm mal, das kannst du durchzwicken jetzt. Ah! Ja, stimmt. Holzner Schneider. Hello, Tür. Jetzt darfst du auch einmal ein bisschen. Okay. So, die Pension sieht nicht so toll aus. John, wenn du mit den Rohren fertig bist, vergiss die Puppe nicht. Nehmen wir hier mal was mit. Foto. Ein Prediger, wie er im Buche steht. Warum lag dieses Bild vor dem Eingang der Pension? Sieht aus wie Sloan in Alt. Tür ist abgeschlossen. Ich will nicht hin. Gehen wir auch nach oben oder in den Keller? Keller. Sicher? Da ist der Lichtschalter. Ah shit, ja. Es ist, weißt du, es ist zu dunkel um die durchgebrannt. Es hat mich ja nicht gewundert. Immer nach oben. Sieht aber nicht mehr so toll aus. Okay. Tür ist versperrt und der Raum dahinter scheint eingestürzt zu sein. Hm. Ich brauche einen Hammer oder so. Ah. Alles klar. Ich hätte eigentlich gedacht, was wir das für die Ding brauchen. Kosten? Nein. Achso. Nein. Nummer 2 ist doch da, oder? Manchmal irgendwie habe ich das Gefühl, funktioniert es nicht. Du hast es auf die Tür klingelt statt auf die Tür. Das muss mein Zimmer sein. Ja toll. Super. Alles super. War auch ironisch gemeint. Wer oder was auf der Erde war das? Hat jemand irgendwas die Tatwaffe oder so geklaut, oder? Ja. Irgendjemand war in unserem Zimmer. Eine Glühbirne. Die Vermissten von Maple Creek. Zwei junge Frauen sind in den frühen 1980ern in Maple Creek verschwunden. Die Familien sagen nun, niemand glaubt ihnen. Ohne eine Leuchtpatrone bringt die Pistole nicht viel. Man könnte sie trotzdem schon mal mitnehmen, oder? Wäre ne Idee. Ohne genügend Licht kann ich meine Sachen nicht durchsuchen. Ah. So hoch. Ja, komm. Kein Ernst, Mann. Geh mal Computer. Computer geht immer. Gerade, dass ich nicht dienstlich hier bin. Kann man das hier schließen? Hä? Unten vermisst dunkles Geheimnis. Was ist Miss Serum erwartet mich? Das ist gute Frage. Komischer Computer. Gehen wir mal auf den Balkon. Da unten läuft jemand. Wie ist das so ein Penner? Hier aus? Hab ich nix. Kann man den? Schau mal den Hocker. Da liegt ein Hocker am Boden. Kannst du den? Ah, wegen der Glühbirne. Danke. Bitte. Da. Ich kann einen Blick auf die Wahrnehmung. Ah, das ist ja cool. Wer ist die Vermisste? Aha. Jetzt werden deine Beweise in deinem Zimmer gesammelt anstatt auf der improvisierten Übersicht. Das ist ja cool. Du wirst außerdem Beweise verknüpfen und Schlussfolgerungen ziehen, um die Ermittlungen voranzutreiben. Zieh das Foto in den Kreis Vermisste. Großartig. Du musst drei weitere Beweisstücke sammeln, um den Bereich Vermisste abzuschließen und die erste Schlussfolgerung zu ziehen. Mach mal dieses Hilf mir in Beweise. Achso. Ach nein. Warte. Hä? Du musst jetzt noch drei Sachen sammeln, glaube ich, oder? Achso. Oder du, weil dieses Hilf mir auch vermisste. Aha. Tatsache. Die Vermissten der Zeitungsartikel? Der da? Aha. Ne, ne, ne. Er vielleicht? Ja. Ein ähnlicher Fall, der in ihm selbst der Detektiv verschwindet. Klingt spannend. Was war das hier? Hör mal, da hast du noch mehr so Fetzen. Wie, einen habe ich noch. Achso. Der bringt aber nichts. Weil der ist bestimmt der Mörder. Der Typ da. Ja. Decklos, das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Ach, das kannst du dann so wegmachen. Das brauche ich nicht. Ach, da kannst du die ganze Wand säubern, schau. Ach, da muss man jetzt anscheinend weitergehen und gucken, dass da noch irgendwas... ...undere soll. Ach, mit der Rubel kann man sich das jetzt nochmal anschauen. Okay. Hm. Ja, mach du mal ein bisschen weiter. Ach, jetzt haben wir mit dem Bild. Okay. Alles klar, Büroklammer. Geld, Geld. Geld, Geld. Banknote? Ja. Okay. Blitz. Blitz. Donner. Donnerblitz. Mann, ich habe vorhin die Daten. Ah. Hier ist die Zeit. Alles klar, da ist ein T-Beutel. Da ist das App-Zeit. Kannst du mir mal erklären, was Quaste ist? Eine Quaste. Was ist das? Das ist zum Beispiel eine Puderquaste. Alles klar. Quaste. Aber ich weiß nicht, ob die auch eine Puderquaste ist. Das hier könnte nicht passen. Ja, genau. Das ist schon vom Vorhang, was man da unten so hängt. Aha. Habe ich verstanden. Wo ist das bestimmt dieses Peace-Zeichen der Frieden? Peace, ja? Wo ist das? Das ist so hier. Ach so. Ich dachte eher, es wäre vielleicht eine Zauber oder so. Wo bist du? Da ist das Ist gleich. Da ist das Peace-Zeichen. Ja, was geht. Da brauchen wir noch eine Kammer und dann ein Pfeil. Pfeil. Bist du nicht ein Pfeil? Hm. Hm. Pfeile. Ich brauche eine Pfeile. Hm. Gute Frage. Ich finde auch den Kamm nicht. Nee, ich auch nicht. Wollen wir hier mal Fenster wieder zu? Da ist noch eine Fernbedienung. Ja, genau. Ich weiß, ich sehe das kleine Ding da ist. Fein. Nee. Bestimmt eh wieder irgendwas, wo du dir denkst. Hm. Hm. Was? Was ist? Ah, der Kamm. Der Kamm. Der Kamm. Der Kamm. Den kann man doch gar nicht übersehen. Der da hinten. Also wir waren schon mal besser. Definitiv. Ich finde gar nichts mehr Heil Sehr gut Oha, jetzt aber Gebogene Büroklammer Damit kann man was aufbrechen So, was ist da? Ein Apfel Ein Apfel Was ist denn das? Der Knopf kämpft fest Mit etwas dünnen könnte ich ihn lösen Sehr gut Hä? Was ist das? Halt mal an Zugangskarte erforderlich Nur ATS-autorisierte Karten Artifex, digitale Sicherheit Alles klar Oh, mein Swapper Oder? Ich hasse ihn, ja es kommt jetzt drauf an Wollen die jetzt, dass ich hier Ist mir egal, bin draus, kann sonst scheißen Ist das dein Ernst? Ja, das ist Genau mein Ding Okay, weiter geht's Okay, hau raus Okay, zwei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Marek Aus Äh? Hier, eins, eins Dann So Drei, eins, eins Ne, das kann nicht sein Habe ich ein Ne, da, ach, hier Hier Und dann Ich habe irgendwo ein Fehler drin Da habe ich Ah, letzte Unglaublich Ich habe keine Ahnung, was man da machen muss Weiß ich nicht Oh, okay Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Ja, jetzt wollte ich da nicht klicken Tut mir leid Okay Ähm So, vier, fünf Ich hoffe mal hier Ich probiere es jetzt einfach mal auf gut Glück hier Hä? Mach mal Oh, das kann aber auch sein Ah, ne, es passt schon Okay Ähm Ich habe keine Ahnung Ist mir so hoch Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Ah, das sieht man ja schon Okay Wie ist das? Und dann ist es Hier Und Zwei, drei Drei Und dann auf jeden Fall Was, was, was Ich kann das jetzt nicht so genau erklären, was das sein soll Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Und vier Ich kann dir da eh nicht folgen Zwei, vier, fünf, sechs, sieben, acht So ist es wiesig Drei Zwei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Ist das wie dieses Spiel, wo du immer auf dem Handy spielst? So ähnlich, ja So ähnlich könnte man es sagen, ja Grittlers, oder war das? Grittl, Grittls, also ja Grittls, Grittls, ja, muss Grittls So, jetzt ja Dein Security Case ist nun entsichert Berühr ein Bildschirm, um das Schloss zu öffnen Du darfst lesen 11. Oktober 2011 Streng geheim Betreff Kate Burroughs verschwand in Maple Creek am 9. Oktober 2011 Beschreibung Kate Burroughs, 19 Jahre, wurde von ihren Eltern als vermisst gemeldet Als sie Sonntagnachmittag nicht heimkehrte Ihre Angaben zufolge Verließ sie Burlington am Freitag, den 7. Oktober Um das Wochenende mit ihrem Freund zu verbringen Den sie drei Wochen zuvor in Maple Creek kennengelernt hatte Sie rief einmal zu Hause an Samstag, 8. Oktober, 9.43 Uhr Um zu sagen, dass alles gut sei Und sie wann angehen würden Ihr Handy sendete am Sonntag um 10.23 Uhr Das letzte Signal Auftrag Finde Kate Burroughs Ich sag dir immer noch, dass dieser eine Typ ist 100%ig der Das ist der Mörder Mein Auftrag ist also, Kate Burroughs zu finden Genau Was liegt ja noch drin? Kaugummi Das macht man aber nicht Beweise daraus Die wurden in der Kirche gefunden Delsamer Artefakt in der Kirche gefunden Dort scheint ich bereits gewesen zu sein Und eine Leuchtpistolenpatrone Warum Warum redet sie denn eigentlich die ganze Zeit? Da war sie schon Schauen wir werden hier die Beweise machen Das gehört eigentlich zu Vermisst, ne? Genau, jetzt haben wir irgendwas Die Vermisste ist ein Mädchen namens Kate Burroughs Und am 11. Oktober Ja, das ist immer so ein Tagebuch, ne? Jetzt Vermisste Ah Ja, die sind Das ist wie so Katzen Katzenmörder oder so Bestimmt Das ist der, der Detektiv Lee Ist der wie so ein Priester oder was das war? Ja, ok So, was haben wir denn jetzt noch? Hier ist die Leuchtpistole Aber das sieht aus wie eine Schrotflücke Eigentlich schon, ja Ja gut, jetzt kannst du wenigstens mitnehmen Ja Schön Was haben wir? Reliefstücke Zwei von vier Rechte Hand Ok Ich gehe da nochmal raus Und dann schieße ich mal in den Hut Und dann Da ist ein Vogel Sitz auf den Vogel Schieß Es drückt den Vogel an Genau Schieß den Vogel an Ich habe mich versprochen Schieß den Vogel Nein, hier ist es, glaube ich, noch irgendwo Was? Vielleicht muss er am Computer irgendwas suchen Ich mag den Computer nicht Ne, ich auch nicht Bizarre Falle Telle Telle Kann man da suchen? Ne Keine Verbindung Wir haben keine Verbindung Internet ist tot Ok Genug Internet für heute Wir gehen mal woanders hin Genau Was ist das für eine Tür? Achso So dringend muss ich nicht Ok Kann man jetzt durchschießen, Finan? Ernsthaft? Ja Man weiß nie Da kommt es ja nicht mehr rein Aber in den Keller Können wir in den Keller gehen? Nein, können wir auch nicht Warum wollte der nicht mehr? Ach, wegen dem Sicherungskasten Wegen dem Sicherungskasten Zum Reparieren haben wir auch nichts gefunden Eigentlich, gell? Wir haben nur rechte Handrelief und Sternensymbol Aber ich weiß nicht, was das sein soll Naja, wir haben auch keine Ahnung Alles klar Alles klar Er hat da was Er ist beklauend Da kannst du ihn aufwägen Das ist ein Reliefstick Das ist dick, wollte ich sagen Stück Ich kann seinen Atem auf meiner Hand spüren Er ist am Leben aber bewusstlos Vielleicht würde etwas Wasser helfen Ja klar Kann der sich das nicht selber kaufen? Ja Achso, wir haben ja noch nichts Wasser Boah, ich wüsste gar nicht Wo ich Wasser gesehen habe Ich habe noch kein Wasser gesehen Sicher? Was ist denn mit dem Ah, die kann ich verscheuchen Ja, stimmt Hier, können sie verscheuchen Das wird schon ein bisschen Und wen wir da herbeirufen Mit der Glocke Das sehen wir in der nächsten Folge Dankeschön fürs Zuschauen Bei Coop Wimmelbild Das ist lustig Tschüss Ja, tschau